Wir haben noch nicht genug Beweismaterial, aber das war ja noch nie ein Problem, nicht wahr? Oh, ich bin der einzige Polizist. Eins wissen wir genau, dieses Kind wurde ermordet. Ermordet? Wer in aller Welt bringt einen Camper um? Was guckt ihr mich an? Ich bring nur meinen Sohn her. Justin? Justin? Das kann ich nicht gut heißen. Das kann ich nicht gut heißen.